Hey Leute, hier ist Phil Mann. Ich habe nur eine kurze Ankündigung zu machen. Ich wurde angefragt von dem YouTuber Felix, aka Ich-ge-online-aka-Noodo-Clips, ob ich nicht an einem Interview teilnehmen möchte und ja, wir werden es durchziehen. Ihr könnt jetzt unter diesem Video hier eure Fragen stellen und wir werden die dann wahrscheinlich auch beantworten. Also in diesem Sinne, ciao! LOL LOL